Hi, heute will ich euch von Magical Mystery von Sven Regner erzählen. Auf Deutsch natürlich, weil es ein deutsches Buch ist. Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmitt erzählt die Geschichte von Karl Schmitt, den wir aus Herrn Lehmann kennen. Wer Herrn Lehmann gelesen hat, weiß, dass Karl Schmitt kurz vor seiner Ausstellung einen kleinen Zusammenbruch hatte und ins Krankenhaus ging. Magical Mystery ist fünf Jahre später. Er ist aus dem Krankenhaus raus, er wohnt in einer Drogen-WG in Hamburg und muss mal Urlaub machen. Den Urlaub verbringt er mit alten Freunden aus Berlin, und zwar den Leuten von Boom Boom Records und geht auf Tour mit einem Haufen Techno-DJs. Und darum geht's in dem Buch. Wir sehen, wie Karl in Hamburg lebt und wie er mit seinen alten Freunden auf Tour geht und wie sie mit dem Bus durch Deutschland fahren, um aufzulegen. Ich fand das Buch sehr unterhaltsam. Die Geschichte ist interessant und erinnert an die Raver-Zeiten aus den 90ern und die Charaktere sind skurril bis lustig bis total daneben. Und Karl Schmitt, wir sehen alles aus seinem Blickwinkel. Also so wie die ganze Zeit in seinem Kopf und wie er damit kämpft, dass er keine Drogen mehr nehmen kann, dass er nicht mehr trinken kann, dass er die ganze Zeit irgendwie die aufkommende Paranoia hat und manchmal auch das dunkle Gefühl. Und ich fand das super dargestellt und auch super interessant gemacht. Es ist nicht überdramatisch drückt auf die Tränen, es ist nicht sehr deprimierend, es ist immer lustig, es ist trotzdem ernst und es hält eine gute Balance. Ich mag Sven Regeners schreibe, wie er einfach drauf losredet und wir sind in Karls Kopf und es ist so normal, wie in Jedermanns Kopf irgendwie, wenn man mal Probleme hat. Und das mag ich an seinen Büchern. Wer Sven Regeners andere Bücher mochte, der wird auch Magical Mystery mögen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.